Die unmittelbare Einsicht Ort Savati Seitwärts sitzend sprach ein Mönch zum Erhabenen so. Heilvoll, o Herr, wäre es, wenn mir der Erhabene in Kürze die Lehre zeigen wollte, so daß ich, nachdem ich vom Erhabenen die Lehre gehört habe, einsam, zurückgezogen, ernsthaft, eifrig, zielbewusst leben möge. Was da, Mönch, vergänglich ist, dabei hast du den Willen aufzugeben. Was da, Mönch, leidvoll ist, dabei hast du den Willen aufzugeben. Was da, Mönch, nicht selbst ist, dabei hast du den Willen aufzugeben. Verstanden, Erhabener, verstanden, Erhabener. Wie aber, Mönch, hast du mein in Kürze gegebenes Wort im Einzelnen seinem Sinn nach verstanden? Das Körperliche, o Herr, ist vergänglich. Das Körperliche ist leidvoll. Das Körperliche ist nicht selbst. Dabei habe ich den Willen aufzugeben. Die Empfindung, o Herr, ist vergänglich. Die Empfindung ist leidvoll. Die Empfindung ist nicht selbst. Dabei habe ich den Willen aufzugeben. Die Wahrnehmung, o Herr, ist vergänglich. Die Wahrnehmung ist leidvoll. Die Wahrnehmung ist nicht selbst. Dabei habe ich den Willen aufzugeben. Die Unterscheidungen, o Herr, sind vergänglich. Die Unterscheidungen sind leidvoll. Die Unterscheidungen sind nicht selbst. Dabei habe ich den Willen aufzugeben. Das Bewusstsein, o Herr, ist vergänglich. Das Bewusstsein ist leidvoll. Das Bewusstsein ist nicht selbst. Dabei habe ich den Willen aufzugeben. So, o Herr, habe ich das vom Erhabenen in Kürze gegebene Wort im Einzelnen seinem Sinn nach verstanden. In der Tat, Mönch, ist der Sinn so aufzufassen. Da nun lebte jener Mönch einsam, zurückgezogen, ernsthaft, eifrig, zielbewusst, und gar bald hatte er jenes unvergleichliche Ziel des Reinheitslebens schon in diesem Dasein aus sich selber erkannt, verwirklicht und sich zu eigen gemacht. Vernichtet ist Geburt, ausgelebt das Reinheitsleben, vollbracht die Aufgabe, nichts weiteres nach diesem hier. Die unmittelbare Einsicht ging auf.